Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video, heute mal wieder Kiebel.de und zwar mit dem Gamer PC Air Force 13 RTX 4090 für 3389 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal usw. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild, das Bild ist Fake. Hier ist zwar eine 240er Wasserkühlung drin, die auch RGB beleuchtet ist, aber es ist keine Corsair, sondern es ist eine Cooler Master Wasserkühlung. Genauso hat man keine achtfache Bestückung vom RAM her. Die Lüfter hier vorne, die könnten stimmen, das weiß man leider nicht genau. Es werden auf jeden Fall welche mitgeliefert, aber ich weiß nicht, ob es genau die sind. Grafikkartenmäßig sieht man da jetzt nicht so viel, das könnte sogar eine Intel Arc sein, weil die ist einfach nur schwarz. Aber ja, also so eins zu eins wird das System nicht aussehen. Und bevor ich es vergesse, das System, das wurde mir auch wieder vorgeschlagen und zwar von Lukas Skola oder Lukas Skola, keine Ahnung. Der hat das auf jeden Fall hier reingeschickt und den schauen wir uns jetzt einfach mal komplett an. Kommen wir erst mal zu dem Gehäuse. Das ist ein ATX-MIDI Corsair 4000D Airflow inklusive viermal RGB-Lüfter schwarz. Das ist jetzt halt das Problem. Wir wissen nicht, was für RGB-Lüfter. Das können ganz normale Arctic sein, für acht Euro das Stück. Oder eben wirklich Corsair-Lüfter, die dann 30 Euro das Stück kosten. Das Case hatte ich auf meinem Kanal auch schon als Review. Das Video, das verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ist echt ein gutes Case. Gutes Kabelmanagement. Viele Möglichkeiten, auch noch SSDs und so zu verbauen. Vorne die Front kann man auch wechseln. Man kann theoretisch eine geschlossene Front drauf machen, dass man nur noch die Seitenschlitze hat. Würde ich nicht empfehlen, aber es geht halt und ist wirklich völlig okay. Das bringt noch 120 Millimeter Lüfter in der Front und einen hinten mit. Damit hat man zumindest ein bisschen Airflow. Die wechseln ja hier sowieso die Lüfter aus gegen RGB-Lüfter. Was man hier auf jeden Fall noch beachten sollte, ist, dass wirklich nur eine 240er oben reingeht. Eine 360er Wasserkühlung geht auch noch in die Front. Aber wirklich, wenn ihr dieses Case kauft und ihr kauft eine 360er Wasserkühlung, achtet bitte drauf. Die könnt ihr nicht oben verbauen. Und das kostet aktuell 89,89€ bei MineFactory. Und wenn ich jetzt nach dem Bild gehe, sehe ich Corsair-Lüfter und ich hoffe auch, dass die reinwandern. Wir nehmen jetzt hier die QL-Serie. Es kann auch LL oder sonst irgendwas sein. Ich kenne mich mit diesen Corsair-Lüftern wirklich nicht aus, weil ich sie mir einfach nicht kaufe. Ich finde sie persönlich zu teuer. Ich nehme meistens Arctic oder irgendwelche anderen oder Shakun oder so. Die machen den gleichen Job, wenn nicht sogar besser. Aber damit wir einen Preispunkt haben, nehmen wir dieses 3er-Set mit dabei. Das kostet 104,90€ bei Galaxus. Und dann noch den einen einzelnen hier. Der kostet 35,50€ bei csvdirekt.de. Der Prozessor ist ein Intel Core i7-13700KF. Der hat 16 Kerne, 8 Performance und 8 Efficiency-Kerne, beziehungsweise 24 Threads, 16 Performance-Threads und 8 Efficiency-Kerne. 24 Threads reicht so ziemlich für alles. Ihr könnt damit rendern, ihr könnt damit zocken. Das ist echt ein guter Prozessor. Sogar schon ein bisschen sehr stark, wenn man wirklich nur daddeln will. Da reicht auch ein 13 6er. Das sage ich auch immer wieder. Ich selber habe auch nur ein 13 6er und ich rendere auch Videos damit. Ich streame, ich spiele. Das funktioniert ziemlich gut damit. Der ist natürlich noch einen Ticken stärker als der 13 6er. Bringt keine integrierte Grafikeinheit mit. Ist für euch jetzt auch nicht so wichtig. Aber es ist ein KF-Prozessor. Das K steht dafür, er ist übertaktbar und das F steht dafür, dass er keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr müsst das Bild über die Grafikkarte ziehen. Der hat eine TDP von 125 Watt, kann sich allerdings auch für eine knappe Minute 253 Watt im Turbo ziehen. Den kann man auch, wie gesagt, noch übertakten. Dann pfeift er sich über 300 Watt rein. Da muss also ordentlich gekühlt werden. Hier ist eine 240er drin, aber zu dem Thema kommen wir gleich. Der unterstützt offiziell DDR5 5.600 MTS, beziehungsweise DDR4 3.200 MTS. Wie immer könnt ihr auch schneller betreiben. In DDR5 Bereich 6.800 MTS, überhaupt kein Problem. Betreibe ich selber so. Oder DDR4 auch 4.000 MTS, überhaupt kein Problem. Und der kostet 412,74 Euro beim Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine Cooler Master Liquid ML240 LV2 ARGB. Eigentlich heißt es Cooler Master Master Liquid, aber gut, das haben sie sich jetzt hier wohl gespart. Hier haben wir auch ein Problem. Genau diese Wasserkühlung in der Farbe schwarz ist nur einmal gelistet bei Geizhalz und ist noch niemals mehr kategorisiert. Und da kostet die 146,02 Euro. Und nur mal zum Vergleich, die gleiche Wasserkühlung in weiß, auch als V2 Variante und so, kostet realistisch gesehen 73,98 Euro. Wir nehmen jetzt natürlich trotzdem die schwarzen mit rein, damit der Preispunkt irgendwo fair ist. Aber ich will euch nur zeigen, dass es auf jeden Fall auch billiger geht, vor allen Dingen, wenn sie mal besser verfügbar wäre. Die hat hier eine TDP-Klassifizierung von 200 Watt. Der Prozessor kann im Turbo 253 ziehen. Spielt ihr noch ein bisschen an den Einstellungen rum, kann er sich über 300 ziehen. Bedeutet für euch, wenn ihr normal zockt und so, reicht die 240er. Wollt ihr aber Videos rendern über längere Zeit oder ihr belastet den irgendwie anderweitig, weil das Spiel sehr viel Prozessorleistung braucht, wird die nicht mehr ausreichen. Eine 360er hätte mir da auf jeden Fall besser gefallen und selbst mit der wird es schon schwierig. Aber gut, die schmeißen wir jetzt so mit rein. Natürlich die teurere Variante, weil wir ja fair sein wollen. Wollt euch nur gesagt haben, zum Zocken, ja, zur Dauerlast, nein. Die Wärmeleitpaste ist eine Standard-Wärmeleitpaste. Der Speicher sind 32 GB DDR5-6000 MHz. Man bekommt hier leider keine Info, was das für ein RAM-Typ ist. Hier steht einfach nur Dual-Channel drauf. Das ist natürlich kein Hersteller, sondern einfach nur die Bezeichnung vom RAM. Wir wissen aber immerhin, es sind 32 GB 6000 MHz, eigentlich MTS, aber ist egal, CL40. Deswegen habe ich jetzt einfach mal den G-Skill Trident Z5 genommen. Der hat nämlich 32 GB DDR5-6000 MTS CL40. Also 6000 MTS ist schon mal geil, CL40 nicht. CL32 hätten es Minimum sein müssen, damit der Prozessor auch seine Leistung voll entfalten kann. Hier sind die Timings schon noch recht hoch. Ich weiß auch nicht, wie alt dieses System ist, aber sie bieten es halt immer noch an. Am Anfang von DDR5 war es so, dass die meisten Kits CL40 hatten. Mittlerweile sind wir da ein bisschen schneller unterwegs. Ansonsten 32 GB sind okay. Reicht für die meisten zum Daddeln und so weiter. Wollt ihr mit der Kiste vielleicht sogar Animationenbearbeitung, Bildbearbeitung, Videobearbeitung machen, vielleicht auf 64 GB gehen. Gerade in dem Preissegment erwartet man das sowieso. Die Kiste kostet über 3000 Euro. Und der kostet 111,84 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4090 beliebiger Hersteller. Also man kann hier noch weitere auswählen, aber die kosten halt dann alle mehr. Hier ist es wirklich ein beliebiger Hersteller. Wir nehmen jetzt in dem Fall die Pale GeForce RTX 4090 GameRock. Ist halt die günstigste gerade bei Geizhals, weil die haben ja sowieso beliebiger Hersteller. Kann ja sein, dass die dann reinwandert. Die unterscheiden sich auch nicht großartig. Es gibt OC-Varianten, die sind dann 3-4% schneller. Dafür ist die andere wieder lauter. Dann hat die andere wieder Spulenfiepen. Also die tun sich alle nicht sonderlich viel. Zu der Grafikkarte selbst brauche ich nicht viel sagen. Das ist aktuell die beste auf dem Markt. Die 7900 XTX von AMD kommt da auch nicht dran. Die ist halt einfach sauschnell, saugut, aber auch sauteuer. Den FPS dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 1645 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asrock B67M WiFi. Wenn wir uns hier unten das Bild angucken und auch den Text, ist das das Steel Legend. Und hier haben wir es auch schon. Und ja, wie der Name schon sagt, B760M. Es ist ein Micro-ATX-Board in einem Full-ATX-Case. Das Board an sich ist gar nicht schlecht. Ihr nehmt euch damit aber Erweiterungsmöglichkeiten. Hätten die das Ganze jetzt in einen Micro-ATX-Case reingepackt, hätte ich gesagt, ja, so eine kleine Kiste ist okay. Das Board wäre auch noch in Ordnung. Aber ihr habt dann so einen Brecher da stehen und so ein Board da drin. Das sieht halt einfach nach nichts aus. Ansonsten hat es gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke. Hier kann ein SSD verbaut werden. Hier unten zum Beispiel so ein Wi-Fi-Chip. Hier ist sogar schon einer drauf auf dem Bild. Und hier unten kann noch ein SSD verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein und das war's. Ihr werdet an diesen Erweiterungsslot nicht drankommen, weil der Kühler der Grafikkarte sowieso überdeckt. Und selbst wenn ihr drankommt, es ist halt einfach unsinnig. Dann könnt ihr höchstens noch eine Capture-Karte reinschmeißen. Das war's. Ich habe zum Beispiel in meinem System eine externe Netzwerkkarte für mein lokales Netz. Ich habe eine USB-Erweiterungskarte, weil mir die USB-Anschlüsse nicht reichen. Das könnt ihr euch alles in die Haare schmieren. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 5x USB 3.0. USB-Typ C ist auch mit dabei, 2x USB 2.0. Onboard-Grafik könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, wegen dem KF-Prozessor. Der hat ja keine integrierte Grafikeinheit. Ihr müsst das Bild sowieso über die 4090 ziehen. Dann haben wir hier noch einen PS2-Anschluss und dann noch WLAN- und Bluetooth-Antennenanschluss. Es ist grundsätzlich ein cooles Board für so ein kleines System. Habe ich überhaupt nichts zu meckern. Der Chipsatz, ja gut, kann man auch noch drüber reden, wegen dem Übertakten. Weil eigentlich gehört dann Z97 rein. Hier haben wir B67. Da nehmt ihr euch so ein paar Funktionen für weg im BIOS. Ist ein bisschen schade. Aber es ist qualitativ kein schlechtes Board, wie zum Beispiel ein DS3H oder so. Und das kostet 165,45 Euro bei Mindfactory. Jetzt kommt hier noch so ein Knaller. Hier ist eine 1000 GB M.2 SSD drin. Mit 1800 MB die Sekunde lesen und 1800 MB die Sekunde schreiben. Da haben sie das Billigste aus dem Lager gekramt, was sie finden konnten. Und auch nur ein Terabyte. Und da ich diese SSD partout nicht gefunden habe, nehmen wir jetzt noch eine schnellere. Die kann nämlich hier im Lesenbereich schon 2400 schreiben. Ist gleich ein Terabyte in einem System, was über 3000 Euro kostet. Ey, braucht man nicht drüber reden. Ist totaler Quatsch. Viel zu wenig. Zwei Terabyte Minimum. Die Geschwindigkeit von dem Ding ist auch eine übelste Katastrophe. Ich selber sage ja immer, gebe da nicht so viel drauf. Normaler Gamer wird es nicht merken. Ja, das ist so. Aber wenn ich mir eine Kiste für über 3000 Euro kaufe, dann erwarte ich da mindestens PCI Express 3.0. Also dementsprechend 3500 MB die Sekunde lesen, schreiben. Sowas in die Richtung. Wenn nicht sogar PCI Express 4.0. Ah, das ist echt schade. Es ist nicht genau diese SSD, aber für einen Preispunkt reicht es. Und die kostet 56,04 Euro bei Mindfactory. Eine zweite SSD ist nicht dabei. Eine normale Festplatte auch nicht, auch nicht, auch nicht. Laufwerk haben wir auch nicht. Natürlich WLAN ist natürlich schon auf dem Board mit drauf. Bei dem Netzteil haben wir einen Corsa AM E-Series RM1000E. Jetzt wissen wir hier leider nicht, ist es die 2022er Variante oder die 2023er Variante. Das macht nämlich einen Unterschied. Die 2023er Variante hat schon ATX 3.0 für die neuen Grafikkarten, diesen neuen Stromstecker. Deswegen bin ich jetzt so nett und nehme das auch. Hier ist dieser neue Stromstecker schon mit dabei. Bei der 2022er Variante leider nicht. Ich weiß nicht, was die nehmen. Aber für einen Preispunkt reicht es. Und die unterscheiden sich, glaube ich, um 5 Euro, die beiden Netzteile. Aber ATX 3.0 wäre halt schon geil, wenn es mit dabei ist. Ansonsten qualitativ gutes Netzteil. 1000 Watt reicht auch ganz dicke für das System. Das ist in Ordnung. Und das kostet 187,06 Euro bei eBay über Alternate. Monitor ist natürlich nicht mit dabei. Betriebssystem auch nicht. Office-Paket auch nicht. Und hier ist das Basispaket drin. 24 Monate Herstellergarantie auf alle Hardware-Komponenten. Und 6 Monate Abholservice, Pickup und Return. Also, 2 Jahre Herstellergarantie. 6 Monate davon kommt die Post bei euch vorbei und holt das ab, wenn irgendwas damit ist. Ansonsten müsst ihr das selber zur Post bringen. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard. Die vermutlichen Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung als die teure Variante. Weil die steht jetzt hier auf 0. Die teure ist hier unten mit 1 angegeben. Das heißt, wir haben die teure drin. Hier ist das Netzteil. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 2.954,44 Euro. Das System soll kosten. 3.389 Euro. Ey, und ich war schon nett. Also, ich habe eine bessere SSD genommen. Ich habe gute Lüfter genommen. Die Wasserkühlung in dem hohen Preisbereich mit angesetzt, obwohl sie eigentlich nur die Hälfte kostet fast. Ähm, ja, nee. Also, erstmal konfigurationstechnisch. Der RAM ein Ticken zu langsam. Ist jetzt kein Weltuntergang, aber er ist halt zu langsam. Das Board ist ein Micro-ATX, ein Full-ATX-Case. Äh, zu viele Unstimmigkeiten. Auch das Bild ist wieder fake. Vergesst es einfach. Ich meine, der wird natürlich funktionieren. Ihr kriegt den nach Hause und der funktioniert, klar. Aber der Aufpreis ist schon mal nicht gerechtfertigt und ihr ärgert euch später, falls ihr irgendwas erweitern wollt, weil ihr an dem Board einfach nichts mehr machen könnt. So ein System ist natürlich auch dafür ausgelegt, vielleicht zu streamen. Dann wollt ihr eine interne Capture-Card. Es gibt welche mit USB, ja, weiß ich. Aber vielleicht eine interne Capture-Card benutzen, weil die sowieso meistens schneller sind, auch was die Verzögerung angeht. Und dann geht es einfach nicht, weil auf dem Board kein Platz ist. Und über die 1TB SSD brauchen wir gar nicht reden. Das ist totaler Quatsch. Gut, das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.